Auf der Spur. In der Abwehr spielen Mitte Nummer 2 Manfred Bockenfeld, Mitte Nummer 3 der Kapitän der Mannschaft Gerd Zeebel. Gestern Abend kurz vor 20 Uhr im Düsseldorfer Rheinstadion. Stadionsprecher Dieter Bierbaum gibt die Aufstellung der Fortuna 11 bekannt und 60.000 Zuschauer hören begeistert zu. Bejubelt wurde eine Mannschaft, die noch vor anderthalb Jahren in gleicher Besetzung am Tabellenende stand und kaum einen Besucher ins Stadion lockte. Klaus und Thomas Alofs waren längst verkauft. Torhüter Wolfgang Kleff und der in dieser Zeit verantwortliche Trainer Jörg Berger äußerten sich damals so. Der Zusammenhalt in der Mannschaft, der ist gegeben, der ist da, aber die spielerischen Mitteln, damit tue ich keinem weh, die sind halt nur mal begrenzt. Und auf diesen spielerischen Mitteln, wenn wir auf diese spielerischen Mitteln nicht zurückgreifen können, ist meiner Meinung nach nur ein Weg vorgegeben, der heißt mehr Aggressivität. Das Problem stand voriges Jahr schon, es fehlt an Persönlichkeiten auf dem Feld. Es fehlt an Führungsspielern, die unerfahrenere oder nicht so profilierte Spieler führen können. Heute ist beinahe jeder Fortuna-Spieler zur Persönlichkeit gereift und von der Aggressivität dieser Elf konnten sich die Zuschauer gestern Abend 90 Minuten lang überzeugen. So auch Rainer Geier, früher selbst einmal Fortuna-Spieler. Ja, man kann also nur begeistert sein jetzt, also nach der ersten Halbzeit und wie selbstbewusst und wie welchen Angriffsfußball auch der Fortuna spielt. Und das bestätigt an sich nur die Leistung der vergangenen Wochen. Gute Leistungen, die auch gestern Abend reichlich in Tore umgesetzt wurden. Innerhalb von nur acht Minuten wurde die bislang stabilste Hintermannschaft von dem erfolgreichsten Sturm der Bundesliga gleich dreimal bezwungen. Freistoß Zewe, Thiele erzielt das 2 zu 0. Die Treffer von Dusend, Thiele und das Eigentor von Nachtwey erschütterten letztlich auch die Moral eines Jean-Marie Papp. Jean-Marie Papp, wie fühlt sich der beste Torwart der Welt in Düsseldorf? Einsam. Einsam. Emotionsloser die Stimmen einiger prominenter Zuschauer. Jupp Derwal, Günter Netzer, Hans-Peter Briegel. Ein Wort zur Fortuna nach 45 Minuten. Ja, ein Wort ist zu wenig. Sie spielen begeistert im Fußball, man sieht es am Publikum. Nicht nur, dass Sie gekommen sind, Sie kriegen auch eine ganze Menge Gebote fußballerischer Qualitäten. Und die Bayern bei Halbzeit 3-0 im Rückstand bringen, das reicht schon nicht. Ich nehme an, dass Sie sich drei Spieler besonders anschauen. Rockenfeld, Bummer und vielleicht auch Zewe. Ja, da gibt es noch Unmögliche und sowas. Ein Wort zu Bummer vielleicht. Ja, er spielt ein sehr gutes Spiel, das hat er schon gegen Gladbach getan. Und ich hoffe, dass seine Form noch länger anhält. So gefällt er Ihnen, ja? Ja, natürlich. Die Nummer 10. Sie haben jetzt eine Halbzeit gesehen, die sicher auch für Sie beeindruckend waren. Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin der Meinung der Zuschauer hier im Stadion. Das Ergebnis von 3-0 ist durchaus in Ordnung. Sie spielen ganz hervorragend, unkompliziert und ich freue mich darauf. Sie spielen sehr guten Fußball. Und er ist der Macher dieser Elf, Willibert Krämer. Raus! Hey! Andi! Aus einer müden und deprimierten Mannschaft hat er einen ernsthaften Mitbewerber um die deutsche Meisterschaft gezaubert. Nach dem 4 zu 1 gegen den Tabellenführer aus München muss man diese Fortuna ganz oben einordnen. Zumal in der Düsseldorfer Torfabrik ein jeder für einen Treffer gut ist. Hier ist es Edwaldson nach Vorarbeit von Bummer. Freuden taumeln nicht nur bei Edwaldson. Wolfgang Cliff entschlossen seine Laufbahn bald zu beenden, kostet solche Erfolge besonders aus. Und den Verein wollen Sie verlassen, um an Thurien zu züchten. Ich lass mal Lüftung. Ich finde, die Thurien sind auch ganz schön. Aber nichtsdestotrotz, diese Sieg heute gegen Bayern, das ist mir in Gladbach mit jahrelang nicht gelungen. Heute haben wir es geschafft und ich glaube, es war verdient. Ein Höhepunkt in Ihrer Laufbahn. Sagen wir mal, ein Höhepunkt am Ende der Laufbahn. Auf jeden Fall. Sie wollen aufhören? Ich habe es mir vorgenommen, ja. Ich meine, dass der Beruf, der ansteht, nach meiner Karriere wesentlich wichtiger ist. Fußball spiele ich noch zwei Jahre. Ich glaube, mit meinem Beruf bin ich noch 20 Jahre tätig. Also ist da die Relation zu sein. Sagen Sie noch ein Wort. Wie hat Willibert Krämer verstanden, aus dieser Mannschaft, aus der desolaten Fortuna, diese Mannschaft von heute zu machen? Ich glaube, dass das einen zusammenwirken. Ich meine, da gibt es ja fast nur banale Worte, die man verwenden kann. Die jeder abgedroschene Sachen. Das kann man gar nicht erklären. Man muss dabei gewesen sein. Ich glaube, dass jedes Wort ist da zu viel. Das wäre zu wenig, das fangen wir mal so umgekehrt. Das wäre zu wenig. Das ist, ja. Den Vorteil, den großen Vorteil hat, der liegt im menschlichen Bereich. Also wenn man davon, wenn man sagt, zum Beispiel ein Trainer, der ein Kumpel ist, ist ein schlechter Trainer. Bei uns ist das Gegenteil. Der ist ein Kumpel und trotzdem kann er sich durchsetzen und hat Autorität. Und das ist im Moment sehr wichtig. Er passt zu uns. Er ist auch als Fußballer meiner Meinung nach jung geblieben, genau wie ich. Gelöste Atmosphäre bei der Pressekonferenz auch beim Verlierer Udo Lattec. Udo Lattec, wenn Sie Ihren Kommentaren. Das Spiel bitte. Ist nett von dir, dass du jetzt ihn zu mir saßt und mal ihn zu uns. Eine gewisse Art von Rücksichtnahme, erwidert Düsseldorfs Manager Fassbender. In der Kabine wurde derweil Rudi Bommer besonders gefeiert. Und die Verantwortlichen, Trainer Willibert Krämer und Präsident Bruno Recht, ziehen Bilanz. Willibert Krämer, wann steht denn die Fortuna an erster Stelle? Also so vermessen sind wir nicht. Wir haben sicherlich heute ein begeisterndes Spiel geboten. Wir wollen versuchen, das auch in Zukunft zu machen. Und dann kommt das andere ganz von alleine da. Aber ich glaube, wenn wir das untermauern können, was die Mannschaft heute gezeichnet hat, dann können wir stolz und glücklich sein. Die Fortuna jetzt schuldenfrei nach diesem Spiel? Also da muss man sehr vorsichtig sein mit den Schulden und schuldenfrei. Ich spreche nicht gerne über Zahlen, aber wir sind ja allmählich Land. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Da wird man freier und man kann ganz anders disponieren. Steht auf diesem Land Klaus Allofs? Klaus Allofs muss erst mal, oder die Kölner müssen erst mal mit Klaus Allofs jetzt Gespräche führen und müssen sehen, wie sie mit ihm zurechtkommen. Und wenn sie nicht mit ihm zurechtkommen sollten, bin ich für Klaus Allofs jederzeit sprechbar. Ja, ich meine, der Klaus Allofs, wenn er in Topform ist, ist er sicherlich für jede Mannschaft eine Bereicherung. Warum nicht für die Fortuna? Aber da ist der Präsident für zuständig. Ja, ich meine, der Klaus Allofs, wenn er in Topform ist, wenn er in Topform ist, ist er sicherlich für die Fortuna.